Das wird mir stinken, du! Ich bin der König oder was? Ich dachte hier, das fällt auf. Heute hättest du das Schlagland-Tiroler-T-Shirt anbeziehen müssen. Machst du Schlüßmann oder so? Nee, ich hab gerade gefragt, muss ich sagen. Also ist de facto keine Aufnahme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also ich bieg mal jetzt Richtung Hannover ab. Also ich bieg mal jetzt Richtung Hannover ab. Also ich bieg mal jetzt Richtung Hannover ab. Da hast du ein paar Pics aufgemacht, oder? Ja. Ja, geil. Das würde ich auch haben. Ja, scheiße, hätte ich das gewusst. Aber hier, eigentlich hab ich's gleich. Ich hab vorne auch ein großes Rad und hinten ein kleines. Guck, 29, 26. Ich hab vorne auch ein kleines. ja Die Raser müsst ihr aber auch mal runter holen. Roland, Augen rechts, halb rechts. Ja, die Seifenblasen, ja. Ja, aber trotzdem, inzwischen halt auch noch. Musik 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 Klassiker Ja, das war ein paar Mal. So. Hier wäre es dein Nachschon. Knapp 100! Was ist hier los? Knapp 100 jetzt! Knapp 100! Ich würde sagen, das ist die Vollsperrung! Das ist der Weg in der Stadt! Wenn der Strock jetzt wieder weg ist, würde ich mir durch den Knoll zulegen! Sie sieht das einfach so aus! Das war's für heute. Das ist wie im wahren Leben. In die Richtung geht ja nichts. Das ist wie im wahren Leben.